Also, Herr Dr. Klickfinger, es läuft alles wieder bestens. Die zwei werden am fünften Tag ihr blaues Wunder erleben. Oh, was ist das? Kollege, wie haben Sie das gemacht? Ich beobachte euch, macht da keinen Scheiß mit den Hashtags. Ach übrigens, ich kenne die zwei. Also, ich bin der Herr Clems, der Kollege hier vom Kollegen. Also, sind Sie eigentlich der Herr Kollege? Nein, er ist der Herr Kollege, ich bin der Herr Clems. Ja, ist ja gut. Ich versuche es ihm ja nur zu erklären. Das Netz ist böse. Cat-Content aus dem Quarknet muss das Netz beherrschen. Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR